Ihre Schulfächer? Sport. Deutsch? Ja. Weil eigener Name teurer Heilige wird, von ihr seid gehasst, hätte ich ihn schrecklich so zerrissen sehen. Warum spricht der Daniel jetzt für den Romeo vor? Die anderen Rollen sind doch scheiße. Mach mal jetzt bitte. Diese gestellten Sprache. Das ist Shakespeare. Ist doch seit ungefähr 4000 Jahren tot. Sag du das mal so, wie du es sagen würdest. Julia sofort sich für ficken. Zack, zack, zeig mal Möpse. Wir schreiben das um, das wird cool. Um was kennst du denn Stück überhaupt? Ich kenn bloß die Pornoversion. Kriegen die sich? Sie sterben. Immerhin etwas.